Herzlich Willkommen zu einer Folge Let's Play Battlefield 4. Ich habe sozusagen die erste richtige Let's Play Folge. Gleich vorweg glaube ich spiele ich mal Metro. Ich hoffe es leckt wieder, allerdings sieht es gerade so aus, wenn ich mir das angucke. Ping ist aufgebaut. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt hochlade. Es sind noch zwei andere Videos in dieser Playlist, aber unbesprochen glaube ich und vor allem glaube ich bestimmt ziemlich scheiße, weil ich in dem Spiel einfach scheiße bin, das muss ich jetzt dazu sagen. Aber ich spiele es eigentlich ganz gerne. Wie mehr gibt es dazu jetzt auch nichts zu sagen. Ich spiele vor allem ganz gerne Operation Spind und Operation Metro. Ja, so ist das. Und ich probiere einfach mal noch mal eine Runde. die letzten Tage auch ab und an mal gespielt. Da dies eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das war wahrscheinlich reiner Glücksfall. Weil ich eigentlich maximalen Battlefield 1 mit dem Pferd ganz gut spielen kann, aber das macht mir, die ganzen anderen Battlefield Spiele machen mir nicht so viel Spaß wie Battlefield 4, muss ich sagen. Das dauert echt lange, bis ich da reinkomme. Ich fange hier an zu reden und bis dahin bin ich schon längst im Spiel. Aber ich weiß sowieso, wie gesagt, wenn ich mir den Ping anschaue, nicht so genau, ob das überhaupt hier wird. Wir werden gleich sehen. Auf jeden Fall Operation Spinnen spiele ich normalerweise eigentlich fast immer. Ich spiele aber auch ganz gerne Operation Metro. Gut, die Karte gibt es eigentlich so gut wie nie. Man macht selten, die macht einen Server. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt vor ein paar Tagen, drei oder drei Tagen oder so habe ich gesehen, dass noch mal einer eine Karte gemacht hat oder einen Server gemacht hat mit der Karte. So. Deswegen nutze ich das jetzt mal auch so lange, wie es geht. Falls ich hier überhaupt reinkomme. Ansonsten wird das mit der Folge sowieso nichts. Wie man sieht, der Rest, ja, Wind und nicht Metro. Ich habe nur die zwei Karten ausgewählt. So sieht man, da wird ein Filter, zwei von 33 Karten. Ja, ich muss gehen. Oh, ich darf dem Server beitreten. Ich bin gespannt, ob es überhaupt läuft. Sowohl bei mir, als auch vom Skill, als auch vom Internet. Die Hälfte der Regeln verstehe ich eigentlich nicht so wirklich, warum die so sind. Warum darf ich am Anfang der Runde nicht zum russischen Team wechseln? Ist das das bessere Team? Keine Ahnung. Lief bei mir eigentlich vom Gewinn her jetzt überhaupt besser im russischen Team, aber ist mir ehrlich gesagt egal. Das ist wie von meiner KD und allem. Ist eigentlich besser am S-Team. Ist aber beides recht. Und wir sind im S-Team. Wir sind sogar ein Gewinn. Wir sind sogar ein Gewinn. Okay, alles gut. Und um mich zu Hause. Erstmal nicht orientieren. Wenn die Karte nicht so gut ist, wenn ich so gut bin... Und schon tot. Macht aber eigentlich im Grunde nix. Der Controller ist total lebrig. Weil ich sowieso lieber als Versorgerspielen will. Ich hasse Rauchgranaten, wenn man einfach einen Scheiß immer sieht. Ich muss mit der Karte auf jeden Fall erst noch klarkommen. Ich spiele sowieso sowas von Scheiße in dem Spiel. Ich weiß nicht warum das immer noch Spaß macht. Was bin ich denn hier überhaupt? Ich kann hier sowieso nur so ein kleines bisschen Vorherrschaft spielen. Und so ein kleines bisschen Mikro und Schwimmen. Ich muss das gegen den Aufblick. Scheiße. Lass mich hier hin. Ich möchte hier nicht sterben. Ich möchte hier aber hier nicht sterben. Ich lade nicht mehr drauf. Jemand muss den Besuch aufgeregt. Wir sind in der Falle. Ich bin Lightning. Ich habe aber auch echt Scheiße Ziel. Ich habe halt festgestellt, dass das am PC deutlich leichter geht. Aber ich habe halt festgestellt, dass das am PC auch für andere irgendwie deutlich leichter geht. Dass irgendwas Problem da kann. Ja. Ja. Wahnsinn. Komm mal ran. Bin ich aber auch nicht. Ich bin auch scheiße drauf dran. Ich bin auch die Spürze. Ja. Ja. Wahnsinn. Komm mal ran. Ich habe keine Granaten. Ich sehe nichts. Nein. Ich sehe überhaupt nichts. Ich bin überrascht. Herr Kiezmann Das ist 3-2. Ich bin überall hin und ich bin einfach. Er kann damit zu wollen. Ich bin immer wieder ein manchen. Ich bin immer wieder. Ich glaube es ist ja auf irgendein Stelle an der wir hier nur Asyl impfen, als er sich immer noch auf Banate kommt. Das ist ja auch nicht. Aber das ist ja auch nicht. Ich sehe einen halt, wie ich es gesehen habe. Ich sehe einen Teil. Ich sehe einen Teil. So leicht erzüglich. Ich sehe einen Teil. 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 Hilfe! 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 Das ist auch noch nicht schlimm. Ja, muss man nachladen, bevor man hier reinkommt. Dann wird es vielleicht auch die Munition reißen und dann hat er gewonnen. Das ist ein Schraubst geworden. Das ist Dauer zum spawnen. Mach ich nicht mehr. Wie ist das schon wieder? Ach, ich bin nicht mehr. Ach, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Dann nach dem Anbar! ich ja 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 das ist Was ist das? Und noch ein Ammo Rebellion. Ja, das ist gut. Arma, der Kettbewerb ist schon mal nichts. Okay. Was ist das? Ich bin ein Leben. Okay, ich bin ein Leben. Ich bin ein Leben. Ich bin ein Leben. Wir tun dein Leben. Ich bin ein Leben. Ja. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Rost und ich scheinbar auch gerne eine gute Idee. Ich weiß nicht, dass ich 67 vorzu groß bin. Vorhin blieb das alle wieder, aber hier nicht so lange die Doppel. Hier ist deine Munition, Mann! Und nicht kurz an den Blütenkratzen. Die Doppelkratzen des Gätschenschläges. Die Doppelkratzen des Gätschenschläges. Guck mal. ich möchte da Ja, aber nicht durchgehen, ehrlich gesagt. Komm ich nicht. Ich kann es hinten aber jetzt treffe ich so eh nicht. Jetzt muss ich mal sehr schlafen gehen. Jetzt kommen wir eigentlich doch gerade nicht weit. Dann kommen wir doch gerade hin. Mir ist nicht so der Typ, der hier so vorstoßen kann, ohne zu sterben. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziele Charlie versorgen. Ich werde da hier. Das ist hier nicht meine Stelle, muss ich sagen. Der ist schon mal tot. Das ist gut. Das ist gut. Das ist nicht nett. Gar nicht so schlimm, wie ich denke. Das ist gut. 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 Wer kann, der kann. Oh, come on! Das war dumm. Ich wusste aber auch nicht, dass da gar keine Sniper hat. Die ist ja auf der Map nicht ganz so einfach zu benutzen, glaube ich. Ich bin hier festgenagelt. Häng mich! Ich bin hier festgelegt. 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 ...eine von uns ist aufgefallen. Keine unserer Leute hat was abgeschoben! Einsatzteam Charly wurde neutralisiert. Süßlich von dir scheint ein feindlicher Soldat zu sein. Mensch. Einsatzteam Charly ist jetzt noch vor unserer Kontrolle! Scheiße! Fuck das! Jesus! Das war jetzt so groß. Ich krieg mein Leben jetzt mal irgendwo her. Ich bin grad voll am Arsch. Ich bin grad so schnell aus Inland ab, wenn ich mir das so anschaue. Ich bin einfach zu schlecht im Ziel immer. Ich glaub da möchte ich grad nicht so mit einsteigen. Ich glaub da möchte ich grad nicht so mit einsteigen. Das war ne gute Überlegung, wenn ich das nicht möchte. Warum bauen wir grad so ab? Schuss! Mit der Schlüpfe, Scheiße! Mann am Morgen! Schess mich! Hier kommen die Kanaten! Hallo! Ich bin hier drüber! Wie hier drüber? Ich sag dazu jetzt gar nichts. Wie stehe ich denn überhaupt? Hätte schlimmer laufen können, ich kann jetzt mehr spawnen, weil ich einfach nicht mehr reden darf. Eigentlich würde ich... Jetzt bin ich nicht mehr bei 1,0. Äh... Geisendreck. 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 Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert. Hier ist die erste Hilfe für dich! Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Charlie übernommen. Hey, noch Hilfe! Oh, ich hab noch einen Verschluss. Ich hab schon mal wenigstens so oben rum. Ich muss immer noch, wenn wir auf einmal so verkaufen gründen. Entschuldigung. Du hast Kopf gespricht! Dann sitzen die Tandvozen. Ihr könnt den Racken siehe ¡Zubliegen! Stufen und Zubuch, ein Einsatz den Racken und siehe. Hier ist die Petition! Wir flühen, wir flühen! Ja! Was ist das? Ich lasse mich in Ruhe. Hier kommt eine Position. Nimm sie die. Das ist gut. Ich habe mich mit dir. Ja. Wer ist das? Ich bin mal einen Fall. Wer ist das? Ja. Oh. Die ist schon mal besser. Ah, mir klar, dass ich da nicht rechtzeitig wegkomme und zwar nicht mehr zu leben. Dann können sie sich gegenworte Stücke machen. Wenn es weitergeht, brauche ich gleich noch mal hin. Ich muss das später ja. Auf die Art hört der Spaß dann gleich auf. Oh, 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 oh. Sieh doch, ich will den Segner jetzt ambitionsieren...! Haben wir sonst als irgend mit buntenständig Trognerase Granaten bekommen? Mittlerweile überhaupt nicht. Was ist das? Was soll ich sagen? Das war's für heute. Das war's für heute. Hier sind deine Zuhörer, Mann! Hat das Gefühl, dass er da so ein bisschen eingetrückt war. Wenn derачige Kabel nicht alles entnägt,bald er sagt... Was ist denn da? Vielleicht soll ich es noch mal nachladen. Das habe ich nicht verstanden, man kriegt man den Sprechstuhl da nicht am Atem oder nicht. Anscheinend kriegen wir, dass wir ein kleines bisschen besser hier in dem Punkt. Das ist ein kleines bisschen besser hier. Oh, fuck! Ich bin jetzt nicht mehr Schweren. Ich habe den Ball gespielt. Ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe gerade die Kontrolle über Einsatz von den Schafen verloren. Ich habe den Fallen gesehen. Jetzt habe ich langsam auch keinen Bock mehr. Ich habe gerade wieder abgebrochen. Oh. 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 Ich werde mal von mir an. Auf jeden Fall hoch achten bei jedem Wert, wenn ich spiele. Ich bin auf jeden Fall auf jeden Fall. Ich habe die Neues, ich muss es sein. ARD Text im Auftrag von Funk Naja, immerhin gewonnen, aber nicht besonders gut. War jetzt auch mal nicht besonders schlecht für meine Verhältnisse. Also ich habe auch schon mehr. Aber gut, ich verlasse noch mal. So keine Runde mehr. Du hast gemerkt, dass ich abgebaut habe. Ganz herzlich zu sehen und hoffe, dass wir uns vielleicht jemals vorhandenen weiteren Folgen davon sehen. Bis dahin bedanke ich mich und sage mal...